Wir befinden uns hier im Wendlinger Stadtteil Unterbeungen und wurden kurz nach 16 Uhr alarmiert zu einer Unwetterschadenslage hier in dem Stadtteil. Vom Prinzip her ist ein Unwetter über Wendlingen gezogen mit einer relativ langsam ziehenden Gewitterzelle und vermutlich aufgrund der starken Niederschläge innerhalb kürzester Zeit sind etliche Keller hier im Stadtteil überflutet worden. Die größte Einsatzstelle, an der wir uns momentan befinden, ist das Robert-Bosch-Gymnasium in Wendlingen. Dort sind große Teile des Kellers mit Wasser vollgelaufen in unterschiedlicher Höhe. Dort befinden wir uns momentan mit mehreren Fahrzeugen und starken Kräften an der Einsatzstelle. Parallel dazu werden mit den anderen Fahrzeugen der Feuerwehr Wendlingen andere Einsatzstelle hier im Stadtteil abgearbeitet. Also aktueller Stand sind es jetzt momentan ca. 20 verschiedene Einsatzstelle, die abgearbeitet werden müssen. Wir sind aktuell mit 7 Fahrzeugen und ca. 35 bis 40 Mann im Einsatz. Ja, also wir haben jetzt noch zwei Einsatzstelle, die noch komplett unbegutachtet sind. Die werden wir uns jetzt im Nachgang anschauen. Und die Rückmeldung von den anderen Einsatzstellen deutet darauf hin, dass wir mindestens noch etwa 2 bis 3 Stunden beschäftigt sein werden. Die Stadt Wendlingen ist eigentlich durch Unwetter in der Regel eher verschont. Also wir sind auch die letzten Jahre meistens relativ glimpflich davon gekommen. Aber hier ist die Zelle wohl relativ genau über Wendlingen stehen geblieben und dadurch die viele Einsatzstelle jetzt in kürzester Zeit. Nach meinem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Betroffene sind es natürlich einige, wer ja von Wohnhäusern auch viele Keller unter Wasser steht. Aber wie gesagt, verletzt wurde niemand. Es gab vorhin gegen, das war so 16.30 Uhr ungefähr, ganz schweres Unwetter. Und auf einmal kam mein Stellvertreter und hat gesagt, der Keller steht unter Wasser. Ein höchster Besorgnis, wir haben dann sofort die Feuerwehr angerufen und versucht, das Stadtbauamt zu erreichen. Wir haben dann festgestellt, dass das Wasser durch unseren Fahrradkeller, den Zugang durch den Fahrradkeller reingedrückt hat, hier unten im Keller. Und hier mehrere Räume ganz schön unter Wasser gestellt hat. Unseren Bandprobenraum, die Sammlung Kunst, natürlich den ganzen Fahrradkeller, der auch unser Stuhllager ist und überhaupt unsere Lagerräume sind, auch etwas im Heizungskeller. Und die Schüler, jetzt haben wir unsere Schüler aus dem Unterricht heute den ersten Tag im Präsenzunterricht geholt. Und die durften jetzt und haben uns ganz toll geholfen, die Räume auszuräumen, hier in Schlangen alles weiterzugeben. Und zudem hatten wir in der Nordseite das Problem, dass wir ein Vordach bei den Mädchentoiletten haben mit so Oberlichtern. Und da hat das Wasser auch reingedrückt, sodass wir sofort den Strom abstellen mussten, um einen Kurzschluss zu verhindern. Also wir waren jetzt gerade hier alle gut im Gange, hatten aber auch wirklich tolle Kollegen, die sofort alle gekommen sind, alles liegen und stehen gelassen haben. Und viele Schüler, die jetzt hier sofort ins Wasser, vielleicht mit Spaß gegangen sind, um den Keller auszuräumen.